So, Wände, Fundamente, nein. Geh wie gerade, geh wie Kurve, okay. Nu, wo hab ich ja wieder hingebaut. Ich befürchte immer noch, dass ich irgendwann mal hier voll abschmiere. Ich muss überall hinbauen. Was ist das denn hier? Ist das eine Hüle? Was ist das denn hier? Die kriegen wir eine Fundamente. Ach ja, stimmt. Na gut. Hätte man wohl machen können. Egal. Okay. Oh, da hinten ist eine Schnecke. Scheiße. So, jetzt muss ich erstmal wieder Zementos holen. So, hätte man die dicke Fundamente nehmen. Hättest du mir ja mal sagen können, bevor ich schon 2000 Dinger gebaut habe. Nee, 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 nee. Wo soll das noch hinführen? Immer Spaß. Noch nicht. So, jetzt muss ich jetzt sehen. ... so Hier balle ich gerade schön weg. 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 so produktion wende wende auch nö was fühlt mir denn jetzt wieder eisenplatten normale eisenplatten vielmehr doll so bis ich sage ich mal ja eigentlich auch jetzt mal da oben hin hier das cool hat vor sich hin das ist schon mal cool war auch schon jede menge hier bestimmt wahrscheinlich genauso viel cool 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 jetzt muss ich aber mal was gucken ich will hier irgendwie auch noch runter kommen ok ok cool dass man von so weit oben bauen kann ok 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 Vielen Dank. 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 Was? Was mache ich denn? Noir? 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ach du Scheiße. Mit Platten holen ist noch nicht so viel. Vielen Dank. Produktion. Hmm. Scheiße Die produziert erstmal vor sich hin so die äh Fabrik da Ich muss mir irgendwas einfallen lassen Ich laufe und laufe Ich brauche den jetzt einfach mal hin und gucken mal was man da machen kann Ach Stahlbauen kann man da nur machen Hier kann man also nur Stahlbauen so So Aber hier, die Produktion wird nicht bleiben, also das sag ich jetzt schon mal, das ist schon mal Fakt. Also, das ist schon mal, das ist schon mal Fakt. Also, das ist schon mal Fakt.